Lang, lang, jetzt her. Down, down! So, aber der Hase läuft. Scham! Easy! Fuck. Da baut einer. Top-tü-tü. Komplett broken. Komplett broken. Ich bin einfach der King. Ich bin einfach der King. Er kann nix. Er kann nix. Er kann's nicht. Er ist einfach nicht so gut wie ich. Er ist einfach... Ist er besser als ich? Kleine Fickfords. Noch einer. Yo. Scheine wieder der komplette Bobby zu sein. Dabei hoffte ich eins. Das sei nicht so. Doch hoffen ist leider nur... Die halbe Miete. Die ganze muss ich zahlen. Jeden Monat aufs Neue aus meiner Tasche. Scheißdreck, Alter. Nimm's doch. Übrigens hat sich mein Geld gefunden. Down. In einer der letzten Folgen. Dachte ich ja, ich hätte leider 500 Euro verloren. Dem war doch nicht so. Das erfreute natürlich den Shark Sobertus sehr. Mal gucken, ob ich hier als erster landen kann. Bigge Potion auf jeden Fall. Nice. Lila Potion. Oh. Als ob hier keine Waffe ist. Truhe. Oh, 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 oh. Oh, what is that? What is that? Gibt's ne neue Waffe? Es gibt ne neue Waffe. Scheiße, was macht die? Was kann die? Ich fühl mich kacke. Ich fühl mich richtig kacke. Ich hab auch eben einen gehört. Ho. Wenigstens etwas, was ich kenn. Noch ne Truhe. Okay, wir können die Waffe kurz testen. Oh, fetzt auf jeden Fall rein. Komm ich ran? Jawohl. Hm. Hm. Oh, kurz die Tür zu machen. Haha. Geht ja mitten in der Runde schnell. Oh, ich würde trotzdem sagen. Ich guck's, guck's jetzt erstmal, dass ich gemütlich in die Zone komm. Äh, gebumst. Hä? Wo zimmert denn der drauf? Auf den. Die goldene Scar will ich. Hab ich. Und weg. Das ist doch ein Witz. Ohne Witz. Wer will sowas denn? Wer will denn sowas? Ich hatte mir auch neulich überlegt. Ich hab mir ein bisschen Origami-Papier geholt. Guckt's euch an. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Aber was ich falten kann, Leute, das übertrifft die Meistigkeit aller Meistigkeiten. Meine Faltechnik. Achtung, Jungs. Passt auf. Ob ihr's glaubt oder nicht. Es ist der Heißluftballon. Kann sogar fliegen. Schaut rein. Down, down. So, jetzt aber easy. Au, au, au. Gefährlich. Gefährliche Zocker. Aber ich hab's lila blinken. Ich hab's gedöhnt. Ich hab's gedöhnt. In Gedicht. Rein. Tschüss. Habt ihr den gesehen? Höh. Easy. Easy. Easy Hit. Easy Hit. Bamm, Junge. Ich würd mal sagen, mit mir fickt keiner. Da auf'm Dach. Der hat mich safe gesehen. Okay, ich hab aber nur ne Schrot. Ich muss ihn kommen lassen. Haha, da ist er. Da könnte er mich grad gesehen haben. Er sieht mich auf jeden Fall hier langschleichen. Wuh. Soll er mal rankommen? Das gibt's nicht. Scheiße. Irgendwie werde ich nicht erster. Wobei ich's ja auch nicht wirklich versuch. Hm. Vielleicht werde ich ja diesmal erster. Egal wie Förster ihr seid. Ich bin Förster. Haha. Der war, glaub ich, komplett scheiße. Und Platz. Ich glaub, überm Fluss komm ich am tiefsten. Aber ist ja nur ne Vermutung. Es hieß nämlich irgendwann mal, ja, immer schön über'm Wasser landen. Weil dann geht der Schirm erst so spät auf. Dann seid ihr auf jeden Fall cool. Und seitdem, als ob hier keine Truhe ist. Seitdem versucht ein Shark zu bärt. Ich hab's kaputt gehauen. Ich weiß nicht, was das war. Immer über'm Wasser zu landen. Hier scheint keine andere Wutz zu sein. Zumindest hab ich hier die Knäher. Aha. Überraschungsmoment. Ah. Ist dat herrlich, Leute. Ist dat herrlich. So, hier ist noch ne Box. Jetzt seh ich mal, was dat is. Muni. Alles klar. Okay, wusste ich nicht. Ist das oben von Spielern gebaut? Keine Ahnung. Ich besorgen auf jeden Fall Holz und warte auf die Zone. Damit ich wissen tue, wo ich hinlaufen muss. Höh. Nice. Ach, ich bin der Tone. Das erklärt einiges. Da hat jemand gebaut. Ich glaub, ihr habt's gesehen. Da ist er. Da ist er. Da hat er gehöppert. Er hat wahrscheinlich den übelsten Loot, weil er halt hier war und ich nicht. Da denk ich mir auf der einen Seite jetzt so, hm, scheiße. Dann sollte ich mich ja verpissen. Auf der anderen Seite denk ich mir so, oh, dass er die Truhe noch nicht genommen hatte, wundert mich. Zeigt mir aber, dass es ja kein Pro sein kann, ne? Wo ist der Drecksack hin? Ich find ihn wirklich nicht mehr. Er ist weg. Dabei hätt ich ihn gern umgelunzt. Meint er, der gammelt hier. Spannung steigt auf jeden Fall. Zumindest bei mir, weil ich überhaupt keine Ahnung hab, wo die letzten 21 Leute sein sollen. 20. Macht mir auch ein bisschen Angst. Angst und Schrecken würd's mir da. Sagen wir mal so. Er wibbert auf jeden Fall schon ins linke Knie. Das sollen wir mal sagen. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Habt er ihn gesehen? Habt er ihn gesieht? Gesieht? Ich hab ihn vollgesieht. Da liegt ein Medikit, ein fettes. Wow, soll ich mir das holen? Ja, ne? Zack. Einmal tauschen. Hab ihn gehört. Dance Grenade. Der hat aber auch den Endgame Skin. Leute, warum geht denn der immer in den Team-Modus? Ich war doch im Solo. Warum geht denn der auf Team? Blöde, ich raff's nicht. Wie geht man raus? Ich hab jetzt einfach mal das Spiel neu gestartet. Weil es irgendwie kein Verlassen-Knopf grippt, Leute. Ganz komische Angelegenheit. Nee, Solo. Zack, spielen. Niklas, schäu mir nach. Du weckst auch aus. Jaaaaaaah! Warum switcht der von Team auf Solo, Leute? Nee, von Solo auf Team. Ah, Leute. Ich krieg nicht mal mehr Ruhe, Alter. 17 Leute wollen jetzt mit mir zocken. An der Stelle bimmst ich out. Ich hab natürlich, wie immer, es hat euch sehr gemundet. In Zukunft könnt ihr wieder etwas mehr Videos von mir erwarten. Meine Stirn-Nebenhöhlen sind nun nicht mehr entzündet. Wie ihr auch schon im Laufe des Videos gemerkt habt, kann ich frei durch meine Nase teuerste Luft atmen. Jetzt fallen hier 3,70 Euro pro Quadratsektar Luft. Quadratkubik. Kometer natürlich Hektar. Öh... und tschüss mit Ös.